Ein wunderschönes neues Jahr 2024. Man muss sagen, es ist doch ein ziemlich nasser Jahresanfang gewesen. Ich hoffe, ihr seid vom Hochwasser einigermaßen verschont geblieben. Es gibt zwei Kategorien von Lebewesen, die freut diese Wetterlage ziemlich und das sind zum einen tausend und abertausend von Wasservögeln, die hier unterwegs sind und Naturfotografen wie mich. Mein Name ist Stefan Decker. Ich bin Naturfotograf und Umweltreferent hier in Bonn. Die Natur vor unserer Haustür in Bildern festzuhalten, gehört zu meinen täglichen Aufgaben. Besonders der Wandel in der Natur hier in Mitteleuropa. Ein ständiges Kommen und Gehen ist es, was mich an meiner Arbeit besonders fasziniert. Dieser Ort ist ja einfach gerade bevölkert von so vielen Wasservögeln. Ich habe zig Gänsearten gesehen. Ich habe Kanadagänse, Saatgänse, Blessgänse, Graugänse, Nilgänse, Nongänse, Brandgänse. Alles ist heute hier. Und ich mache mich jetzt direkt mal ans Werk. Ich habe heute das 300er 2.8 von Kennen dabei und ich würde sagen, ich starte direkt mal und gucke mal, was der Tag so bringt. Die Wasservögel nutzen das vielfältige Nahrungsangebot in der Aue und bevölkern die überschwemmten Felder. Dabei lassen sie sich, so scheint es, überhaupt nicht von meiner Anwesenheit stören. Ich habe jetzt gerade eben so pauschal gesagt, die Natur freut sich über eine solche Hochwasserlage. Das trifft natürlich nicht auf alle Lebewesen zu. Da gibt es zum Beispiel Mäuse, Maulwürfe, Maulwurfe, Maulwurfs, Mäul... Es gibt den Maulwurf. Für den ist das Ganze natürlich eine Bedrohung, wenn das Hochwasser zu schnell kommt. Denn dann können diese Tiere sich nicht mehr in Sicherheit bringen. Das Ganze kann sich dann später im Jahr natürlich auch auf die Population von verschiedenen Greifvögeln und Füchsen auswirken. Denn die finden dann natürlich nicht mehr genug Nahrung. Es beeindruckt mich, wie sehr Wasser manchmal das Leben anzieht. Lebensräume, die an einem Tag noch beinahe leer erscheinen, sind auf einmal scharenweise bevölkert. Ich bin die letzten Tage öfter hier hingekommen und da vorne ist ein Nistkasten für Turmfalken. Und es gibt einen Turmfalken, der hier tatsächlich häufig an diesem Feld jagt. Und ich habe den Eindruck, dass er sich mittlerweile, ich sage mal, an meine Anwesenheit gewöhnt hat. Zumindest ist es die letzten Tage häufiger vorgekommen, dass er sich mal hier in einem der Bäume ringsum niedergelassen hat, während ich in der Nähe war. Und ich hoffe, dass mir heute da das ein oder andere Foto von gelingt. Nach drei Tagen scheint sich der Turmfalke hier an meine Anwesenheit gewöhnt zu haben, sodass ich ihn auf einem nahegelegenen Baum ablichten kann. Was dann passiert, kommt selbst für mich überraschend. Keine drei Meter neben mir lässt sich der Turmfalke plötzlich auf einem Zaunpfahl nieder. Jetzt gilt es, keine raschen Bewegungen zu machen und möglichst direkten Augenkontakt zu vermeiden. Sobald das Foto gemacht ist, wende ich mich ebenso vorsichtig ab und ziehe mich leise zurück. Genau für solche Momente mache ich diesen Job. Es ist eine so schöne Erfahrung, wenn ein wildes Tier wie dieser Turmfalke einfach irgendwann die Scheu vor uns Menschen verliert und unsere Gegenwart auf drei Meter Entfernung zulässt. Und ich bin nicht zu diesem Turmfalken hingegangen. Ich habe hier gestanden und er hat sich auf diesem Zaunpfahl direkt neben mir niedergelassen. Und bestimmt über fünf Minuten meine Anwesenheit toleriert. Und es ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Freunde, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um ein riesengroßes Dankeschön an euch loszuwerden. Schaut, im letzten Video habe ich angefangen, das anzukündigen, was wir mit Naturpark Digital 2024 vorhaben. Wir wollen 2024 nicht nur digital hier auf YouTube oder auf Instagram für euch da sein, sondern wir wollen eben auch ganz analog vor Ort mit euch in Kontakt treten. Wir wollen miteinander und voneinander lernen. Und im letzten Video, was dann tatsächlich regelrecht viral gegangen ist, habe ich erstmals das angekündigt, was wir 2024 mit euch vorhaben, nämlich unsere Fotowalks. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich jetzt vor Weihnachten schon dafür interessiert. Dieses Jahr wollten wir dann so richtig in die Werbung einsteigen und den einen oder anderen Trailer für unser kleines Projekt hier drehen. Womit ich nie gerechnet hätte, ist, dass ein Großteil dieser Kurse innerhalb von 24 Stunden ausgebucht war. Leute, seid ihr denn des Wahnsinns? Nein, wirklich. Von Herzen danke. Wir haben einiges Spannendes vorbereitet und wir hoffen sehr, dass wir euch da gerecht werden können. Und wir freuen uns auf eine fantastische Zeit mit euch. Wer das Ganze verpasst hat, es gibt noch Restplätze für den Sommer und den Winter, meldet euch da gerne an. Wir freuen uns auf euch. Es ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, gleichzeitig für euch das Ganze mit der Kamera zu dokumentieren und zur selben Zeit schöne Motive einzufangen. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt auf mein eigentliches Handwerk. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich blende euch noch die schönsten Bilder des heutigen Tages ein und ich wünsche euch ein fantastisches Jahr 2024. Schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich auf alle Abenteuer, die uns dieses Jahr zusammen erwarten. Ob in digitaler Form oder bei unseren Fotoworkshops. Wir sehen uns. Bis bald. .